Willkommen zurück hier bei Watch Dogs Legion. Warum gerade der Ton weg war, habe ich jetzt auch nicht verstanden. Sorry, die Pause war gerade nicht mehr absichtlich. Genau, wir haben den Spider-Bot aus den Fängen des New Scotland Yards geholt und jetzt sind wir dabei, die Mission weiterzuführen. Aber ich natürlich, boah, wie geht es hier nochmal Handbremse? Handbremse ist B, okay. Aber ich probiere jetzt mal. Krass, der hält sich an alles und so, nice. Na gut. Die Kurvenlage von den Teilen ist wieder erwarten, kacke. Voll auf der Überholspur. Ist es dann in England eigentlich so, dass man rechts überholt? Jetzt müssen wir gleich wiederholen. Also, hier wird der Durchbruch von den Teilen orientation. Wir beginnen. Ansonsten, wenn wir kurz wiederholen. So, jetzt kann ich hier, wenn wir kurz in den Teilen, hier zu schieben. Hier wird das Teilen oder hier, dass wir hier noch ein paar Schritte geben. Jetzt können wir, und zurück zum Beispiel hier, dass wir hier nochmal verknicken. Also das schauen, was wir hier aufholt haben können. Wir lassen uns hier까? Also haben wir hier noch mal wiederholen. Hier sind wir hier denn mit, ich möchte hier, wenn wir hier abholt. Wir wollen jetzt beohnen. Hier können wir hier aufhören. Ja, wo recht hat, hat er recht. Ja, dann probiere ich es mal hier jetzt, so, erst mal das hier mitnehmen, zack. Das mitbewerfen kann ich es auch nicht, oder? Nice. Das ging jetzt einfacher als erwartet. Von wegen, ich muss irgendwas zerstören. Puh. Okay. Schauen wir uns das hier mal genauer an. Okay. 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 Interessante Info. Jetzt noch den Video Log. 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 Fuck! 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 freundin meint nö aber aber ich glaube ich kann mit meinem sowie ich war ganz zufrieden sein ups ich darf jetzt hier nicht vorbei und wegen der steuerung gerade ich entschuldige mich weil ich habe jetzt assassin's creed was ja jetzt auch zeitgleich mit wordstocks läuft beim beim guten fast auf dem kanal das zock ich ja auch und da ist halt die störung ein bisschen andere und ich habe jetzt hier bei wordstocks die störung total vergessen gehabt hey pass mal dadurch easy wo hier einmal eine wilde schießerei jetzt zack so als ballen jetzt ballen wir mal hier in london bisschen rum zurück hat er ja keine ahnung wo ich bin fuck ich komme hier oben nicht rein shit trottel ja das war es dann auch würde ich sagen da haben wir noch danach damit wir nicht mit einem halben magazin später überrascht werden na jod na jod na jod na jod na jod Ich weiß nicht, wie ich da reinstehe. weil da unten ist ein Schacht. Aber ich sehe hier sonst keinen Schacht. Aber ich will das jetzt noch mal kurz nachprüfen. Nicht, dass hier einer ist und ich habe den voll übersehen. Ne, hier scheint auch nichts zu sein. Okay. Also ich muss sagen, das mit dem Waffensystem habe ich noch nicht 100% verstanden, wie man jetzt irgendwie die Waffen großartig freischalten kann. Vielen Dank. Na gut, dann suchen wir mal. Oh shit. Hier. 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 muss sie noch ja muss nach oben aber jetzt mal hier ja klar nicht mit CTOS ich muss da hoch das heißt hier hochklettern ok hier ist niemand na gut und 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 große Probleme. Na gut, wie ich das Teil dann noch holen kann, finde ich noch raus. Irgendwann mal, wenn ich mir mal alleine rumlaufe und es nicht aufnehmen, sondern einfach nur ein bisschen die Stadt erkunde. So, offen, zack. Ah, nein, ich muss da. Oh, fuck, ich hab' vergessen, ey, ah, ah, ich trottel. Und das Ganze noch mal reinlaufen. Oh je, oh je. Das ist der Moment, wenn man nicht genau auf die Karte guckt. Stimmt, das ist geschlossen. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah, da drüben. Zack. Und hier rüber. Und da hoch. Okay, das war jetzt nicht so gewollt. Okay, da komme ich nicht hoch. Hier auch nicht. Hier drüber. Okay, das wird nix. Wo komme ich denn dann da am besten hin? Nein, jetzt komm hier, zack, hoch. Ja, genau. Ich sollte vielleicht dahin gehen, wo es sowieso einen Aufstieg hat. Hm. Okay, das alte Spiel. Ja, das. Ich fand das irgendwie schon immer cool. Mehr hat das immer riesig, mehr hat das immer voll Spaß gemacht. Jawohl, wunderbar. Tür öffne dich. Ah. Hier kommen wir mit Spider-Pod durch. Ich wusste doch, ich finde es noch raus. 1984. Okay. Na, dann würde ich sagen, starten wir die ARC-Rekonstruktion. Da muss diese Farben incorporated werden. 180. Und dann att κά fel. Und dann pros kupieren. Ich hatte das nicht mit Katt 도 Krass. 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 abgeschlossen und damit will ich dann auch damit will ich dann auch den part abschließen der jetzt ziemlich lang dann doch ging und während hier die ar-rekonstruktion immer wieder im loop weiter läuft komm ich geh mal davon weg beende ich den part und bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten part wieder bis dahin macht's gut